Hallo Drio, hier ist das Welcome SoFo und wir spielen Neverwinter mit mir Snorks. Ich bin der Smirk. Heute um 19 Uhr seid ihr online, weil ihr wollt zweifach Veredelungssteine haben. Wenn ihr Veredelungssteine irgendwo auspackt, kriegt ihr sie gleich doppelt. Richtig, wir haben auch ein kleines Video gemacht auf dem Kanal. Da gibt es so einen schönen Weg im Ringen des Grauens. Den solltet ihr euch noch mal angucken, wie man das Maximale aus diesen Doppeltveredelungen herausholen kann. Und dazu gibt es auch noch das Bonusveredelungspunkte-Programm. Das heißt, da haut ihr einfach Gegner um, ganz normal, und das füllt den Balken der Bonusveredelungspunkte. Und wenn ihr da den Meilenstein 1 erreicht habt, gibt es neben Veredelungspunkten einen Schutz der Bewahrung und auch beim Meilenstein 2 und 3 und 4 sogar zwei Schutze der Bewahrung. Also, es sind bis zu fünf Schutze der Bewahrung kostenlos fürs Metzeln drin. Ich würde mal sagen, Happy Metzling! Ja, tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020